Die Pure Family ist die Reihe der Minimalschuhe aus dem Hause Brooks. Sie vereinen direktes Laufgefühl mit dem nötigen Dämpfungsverhalten und aus dieser Familie zeige ich euch jetzt den Cadence 3. Wie alle Schuhe aus der Pure Serie ist auch der Cadence auf das Wesentliche reduziert und bietet trotzdem viele technische Highlights. Er ist auch ohne Stütze so stabil, dass er Läufer mit leichter Überpronation ausreichend Halt bietet. Die abgerundete Ferse verlagert den Fußaufsatz nach vorne und fördert so den Mittelfußlauf. Die umweltfreundliche Bio-Mogo-Zwischensohle ist biologisch abbaubar und gibt ihr als dynamisches Dämpfungssystem ein sehr direktes Laufgefühl. Dieses flexible Band passt sich individuell dem Mittelfuß an und sorgt so für optimalen Halt während der Abrollbewegung. Die einseitig angenähte Zunge verhindert ein Verrutschen während des Laufens. Der spezielle anatomische Leisten unterstützt insbesondere die Zehenflexion. Eine Besonderheit der Pure-Modelle ist die Auskerbung hier im Zehenbereich, denn sie fördert einerseits den Gleichgewicht Sinn und macht den Schuh in diesem Bereich noch flexibler. Der Pure Cadence 3 von Brooks ist der stabilste Schuh aus der Pure Family und er vereint direktes Bodengefühl mit ausreichend Stabilität. Ihr könnt die Pure-Modelle in unseren Runners Point Filialen bekommen oder gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.